PSN Code trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO Shop, ja. Die günstesten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. Nutz RG Kappa für Rabatt. Link in der Beschreibung. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Beji, willkommen hier zurück zur Crew Bolli 2.0 Fußball-Challenge aus Köln von der Gamescom mit dabei. Ja, Teezy Schubisch ist dabei, GeraBrother ist dabei, der Keller ist dabei, der Schmitzi ist dabei, Bostio steht auch noch, komm mal rein. Komm mal rein, Tücher. Bostio nimmt auch noch ein bisschen heute auf mit so einem geilen Fortschloch. Wir machen die Crew Volli 2.0 Fußball-Challenge, Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, die letzte ist mega abgegangen. Warte, 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 warte. Wir haben den besten Keeper auf YouTube mit am Start, Freunde. Nummer eins auf YouTube, Nummer eins zu neuem Herzen. Okay. Jetzt geht's aus, Freunde. Wir machen erst mal draufwerfen, einmal wegkommen, direkt Bam, Volli reinmachen. Leute, check die Challenges von der Welt. Wir haben Finn auch dabei, der weint gleich. Schon wieder. Wir haben Finn auch den Oststriker. Oststriker. Ah, Alter. Bestrafung ist, da hinten auf so einem Drehteil muss man sich draufstellen und alle dürfen drehen. Wir machen Arschbolzen natürlich. Wir machen Arschbolzen als Bestrafung, Freunde. Die Punkte gehen folgendermaßen, jeder darf dreimal erstmal schießen, Freunde. Und dann schauen wir, ob wir überhaupt treffen. Danach mit einem Touch, dass man den annehmen darf und bumsen darf. Und dann gucken wir einfach, wie es steht. Und dann schauen wir, was wir weitermachen. Let's go. So, Benji, was du auch sagst, ich vertrete natürlich hier VfB eSport. So, komm. 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 Wir haben aber gelernt. Kennen wir mal Sie mal Bizeps? Okay, Leute, da wir zwei Linksfüße dabei haben, machen wir erst, müssen die drei Linksfüße, die müssen einmal auf der Seite schießen und danach müssen wir einmal auf der Seite schießen. Und danach müssen wir einmal von der Seite schießen. Das ist ein bisschen schwerer dann. Warum? Hast du den einfach nicht hängen? Nein. Scheiße. Ich muss ja zu dem Namen hier gar nicht sagen, ne? Hattest du nicht das letzte Jahr das Trikot in Rot an? Ja, aber ohne Raoul. Ja, nicht so beschämt wie dieses Jahr. So, Männers, ich vertrete offiziell das Lacrosse-Team. So, ihr seht, stellt doch nicht und wir machen drei auf beiden Seiten, sonst müssen wir irgendwie die zehn Minuten füllen, dass ich hier Hertha eSport vertreten kann. Hallo. So, erster war knapp. VfB. Ich glaub, die Hoffnung beim VfB liegt bei mir, meiner. Kommt schon! Der hat ja die Regeln nicht im Kopf. Der kommt heute 30 Minuten zu spät. Und dann hat er noch, und dann, und dann kann er nicht mal, dann kann er nicht mal die Regeln. Also, Männer, kurze Abstimmung. Wer ist da für das Broski verliert? Ich! Very nice! Oh, Raoul! Raoul! Hausschweiger, stimmt. Da das erste Mal schlecht war, wird das dir noch schlecht sein. Oh, very nice! Achtung, Stein! Der war drin, ne? Der war drin. Sorry, Bro. Das war jetzt alles Kindergarten. Ich hab jetzt den Dreh raus. Hertha WC vor Champions League. Ja, stark! Ich hab jetzt den Dreh raus. Lass mich nochmal, das ist doch... Nice! Weg, hopp! Ich zeig dir jetzt, wie das funktioniert. Komm, klatsch doch mal! VfB, Junge! VfB, komm! VfB! VfB! Jawoll! VfB! Ich hab's all gescheit getroffen. Jungs, das ist immer... Ich hab immer die Verantwortung, immer die Verantwortung. Aber ich trag sie! Yes! Komm schon! Boah! Boah! Es hat keiner gesehen, der darf nochmal. Ja, wenn ich scheiße bin, schee ich dazu, Digga! Was soll ich machen? Boaslo! Alter! Jawohl, schöner Taktik! Äh, Ossi! Wird er das Tor treffen oder nicht? Lasst ein Like da, dann findet ihr es heraus. Jetzt. Ich warte. Los jetzt. Lass doch jetzt ein Like da, ich kann nicht mehr lange warten. Äh, Ossi! Oh, Stryker! Alter! Danke, Digga! Oh, Stryker! Wo ist der Helm? So, jetzt regnet es, Leute, aber das macht mich nur wilder. Oh, gut, dann! Abfahrt! Oh! Okay, mach auch nix. Ja! Boah! Okay, zählt nicht! Wie kann man so schlecht sein? Es ist der Wind! Ich hab meinen Ball geholt, zum Umplatz ist er gelandet. Ja, aber kein Wind, bitte. Nein. Ja, aber kein Wind, bitte. Nein. Boah! Hast du mir links genommen? Komm! Oh, die Astbahn! Oh! 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 Hey! G! Holly! Oh! 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 Ein Kontakt! Haben wir gesagt? Gönn ich dir, dass du scheiße bist! Ich gönn's dir, dass du so schlecht bist! Oh, Achtung! Der sah nicht schlecht aus, Brodsky eigentlich. Ich danke dir. Die Challenge. Er ist dann. Oh, okay. Danke! Fick dich, Alter! Ja, wir haben hier natürlich Linksfüßer. Und, ähm... Ich schieß auch mit Linksfüßer. Ehrlich gesagt haben die halt nur rumgeheult. Deswegen machen wir das jetzt nochmal. Aber, very nice, nochmal unsere Left-Side. Und dann, jetzt aber danach wirklich... Ich bin ja schon durch, weißt du? Ich bin auch der beste Torwart auf YouTube. So Fußschmerzen, Alter! Der bricht gleich ab! So Jungs, ich hab analysiert an was es lag. Ich hab mir heute Morgen eine Bäckerei, eine Verletzung am Knie zugezogen. Deswegen, äh... Das ging mir jetzt nicht so gut, aber jetzt, weil ich jetzt links bin, läuft es ja. Entschuldigung? Drei, vier, fünf... Rack, Alter! Verletzung! Bäckerei! Verletzung, Bäckerei! Ohaah! Danke, Medi! Danke! So, ich will jetzt die Gamer-Brother-Show! Oh! 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 Alter! Ey! Das ist... Man denkt, der kommt gut! Ja! Finn und ich haben gewonnen! Scheiße, wir dürfen jetzt beide schon einmal aufs Arsch noch! Let's go! So, Leute! Wir sind bei der Bestrafung angekommen, Leute! Wir dürfen bei allen zweimal schießen, die wir vorher abgemacht haben, Leute! Ähm, ja! Oh, Stryker, Steini und ich! Let's go! Oh, mein Gott! Das ist jetzt so hart, Mann! Ich will jetzt! Wenn die... Ja! Schieß das erst! Wenn! Was? Oh, ja! 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 Scheiß! Was ist, Mike? Wie hat er denn? Ja! Hätte nichts wehgetan! Bei Hertha in der Eastwood-Akademie lernt man genau das! Wir schießen! Oh, fuck! Oh, fuck! Ich bin umgefallen! Scheiße! Ah! Haha! Oh! Ja! Ja! Nein! Er kommt! Ah! Warum ich? Ich war mit dir so auf direkt Freispiel! Lass mich doch mal los! Oh! 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 Du bist der geilste! Du bist der geilste! Was ein geiles Orschloch schieße! So, Leute! Das war's mit der Challenge! Falls es euch gefallen hat! Vergesst auf jeden Fall nichts zu bewerten! Würde uns sehr, sehr freuen! Checkt die Episoden von den anderen aus! Ja, very nice! Links sind alle in der Videobeschreibung, Leute! Ah! Schau! 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 Schau!